Und ich begrüße den neuen Spitzenkandidaten der ÖVP jetzt bei meinem Studio. Guten Abend, Herr Dr. Strasser. Guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Dr. Strasser, der sehr erfahrene EU-Parlamentarier Ottmar Karas hat noch diese Woche gesagt, ich bin der logische Spitzenkandidat. Was können denn Sie besser als Ottmar Karas, dass jetzt Sie die Nummer eins sind? Ich glaube, dass wir gemeinsam sehr gut sind. Er hat seine super Erfahrung in der Fraktion. Er hat ungeheure Arbeit geleistet und ist bereit, die zu leisten. Ja, und ich bringe meine Erfahrung sowohl aus der Politik, aus dem Rat, als auch aus der Wirtschaft ein. Das werden wir gemeinsam machen. Werden Sie nach der Wahl auch Delegationsleiter in Brüssel und Straßburg werden, oder sind Sie nur die Wahlkampflokomotive? Bei uns gibt es mehrere Wahlkampflokomotiven. Sie haben die Kandidatenliste sicher schon gesehen. Es sind zwei Frauen auf der Liste auf wählbarem Platz. Es sind sehr erfahrene Mandatare. Und ich bin als Spitzenkandidat einer, der dafür steht, dass wir dieses Projekt der EU offensiv angehen, dass wir von Österreich aus versuchen zu beeinflussen die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene anstehen. Meine Frage war aber, werden Sie Delegationsleiter, die bisherigen Delegationsleiter in den großen Parteien, haben das nämlich hauptberuflich gemacht. Sie haben einige Firmen sich aufgebaut in den letzten Jahren. Wie würde denn das zusammengehen? Bei uns ist es so, dass da gewählt wird, aber ich werde mich um die Delegationsspitze selbstverständlich bewerben. Und wir werden das in einer guten Abstimmung mit der Delegation und insbesondere mit dem in der Europäischen Volkspartei sehr wichtigen Ottmar Karras machen. Ihre Firmen führen Sie weiter dann? Das werden wir umstellen müssen, aber grundsätzlich werde ich selbstverständlich meinen Brotberuf weiterführen. Nach Ihrem Abschied haben Sie gesagt, Sie haben es gerade wieder gesehen, Sie können eine Rückkehr in die Politik ausschließen. Und auch vor zwei Jahren, da waren Sie mal kurz als ÖVP-Generalsekretär im Gespräch, haben Sie ausdrücklich gesagt, meine politische Karriere liegt in der Vergangenheit. Ist Politik so eine Sucht oder hat Ihnen doch das Scheinwerferlicht so gefehlt? Das, glaube ich, ist das Wenigste. Aber das, was ansteht, das ist viel wichtiger. Die Welt wird neu geordnet. Und das gilt auch für Europa. Und ich glaube, dass ich da was beitragen kann. Jawohl. Und da geht es vor allem auch darum, dass das, was derzeit auf den europäischen Tischen diskutiert wird, nicht immer das ist, was die Bevölkerung braucht. Und daher geht es jetzt darum, hineinzuhören, was wollen die Menschen, wo drückt der Schuh, was tut weh, und was müssen wir zur Agenda in Brüssel machen. Nicht Brüssel ist Vorbild und hat angesprochen zu werden in Österreich, sondern das, was die Österreicher fühlen, hat auf den Brüsseler Verhandlungstisch zu kommen. Und das hat mir bisher ein wenig gefällt. Jetzt waren Sie doch auch nach Ihrem Rücktritt in den Medien, nämlich letztes Jahr, und zwar sind E-Mails aus dem Innenministerium aufgetaucht, aus denen klar hervorgeht, dass in Ihrer Amtszeit als Innenminister Posten an Parteifreunde, und zwar ausdrücklich an Parteifreunde vergeben worden, und dass Bewerber nach ihrer politischen Einstellung kategorisiert worden sind. Wie erklären Sie diese E-Mails? Das glaube ich, da täuschen Sie sich. Weil? Solche E-Mails kenne ich nicht. Ich kann Ihnen ein paar vorlesen. Da heißt es in einem Mail, ist ein verlässlicher Freund und Mitstreiter unserer Gesinnungsgemeinschaft über einen Bewerber für einen Posten. In einem anderen Mail, mein Kandidat, Klammer auf, FCG, also Fraktion christlicher Gewerkschafter, soll untergebracht werden. Oder, wieder anderer Fall, der Erstgereite ist fachlich sicher Topmann, stammt aus einer rabenschwarzen Familie, aber stand schon einmal für die Roten auf der Personalvertretungsliste. Was bedeutet das? Ja, sagen Sie, wenn Sie Politiker sind, ich war im Gemeinderat, ich war im Landtag, ich war im Parlament, dann ist es selbstverständlich, dass Menschen zu Ihnen kommen und um Hilfe ersuchen. Ich lade Sie ein, schauen Sie sich einmal die Post eines aktiven Abgeordneten an. Das ist doch ganz normal. Und das ist ja genau der Punkt, der so falsch gesehen wird. Da denken immer alle, es müssen die Österreicher das tun, was in Brüssel passiert. Nein, ich bin dafür, dass in Brüssel das geschieht, was die Österreicher wollen. Und das ist genauso hier. Ich werde auch meinen Wahlkampf so machen, Herr Wolf. Ich werde den Wahlkampf so machen, dass ich zuerst zuhöre, was die Menschen brauchen, was das Anliegen der Menschen ist. Und da werde ich nicht eine Zensur machen, wer da mir was schreibt. Ich verstehe es nicht. Das waren Ihre engsten Mitarbeiter, die das geschrieben haben. Und da haben Sie immer wieder zurückgeschrieben. Und was hat es, wenn sich jemand für einen Posten als Polizist oder als Gendarmeriekommandant bewirbt, was hat es da für eine Bewandtnis, ob der jetzt bei der oder der Partei ist? Gar keiner. Warum steht das dann überall in diesen E-Mails? Ja, das ist das, was die Leute mir mitteilen. Ihre Mitarbeiter, Ihr Personalchef im Innenministerium, schreibt Ihnen das. Das wird ja wohl erlaubt sein, dass jemand mir ein Mail schreiben kann mit seinen Einteilungen. Aber warum schreibt Ihr Personalchef, der verantwortlich ist für diese Dinge, Ihnen Mails, auf denen Bewerber nach ihrer politischen Zugehörigkeit kategorisiert werden? Ich habe nicht vor, da irgendetwas zuzugeben, was hier versucht wird zu machen. Ich lege Wert darauf, dass Menschen, die sich an mich wenden, da schreiben dürfen, was sie wollen. Auch wenn es Ihr Personalchef ist im Innenministerium. Das ist egal, wer das ist, ob das ein einfacher Bürger ist oder ob das ein Mitarbeiter ist. Jeder darf das. Auch Sie dürfen mir ein Mail schreiben und da kann ich Ihnen auch nicht vorschreiben, was Sie hineinschreiben. Gut, ich bin nicht Ihr Mitarbeiter, aber zur EU noch das größte Streitthema zwischen ÖVP und SPÖ, Koalitionsparteien. Immerhin war zuletzt bei der EU eine mögliche Volksabstimmung über einen Reformvertrag. ÖVP-Spitzekategorisch dagegen. Sind Sie da auch so dagegen? Das gilt, was im Regierungsübereinkommen steht. Was hat das Regierungsübereinkommen mit der EU-Wahl zu tun? Das ist für mich Grundlage und das ist ein gutes Programm. Aber Sie kandidieren ja für das EU-Parlament. Das ist ein sehr gutes Programm, genauso wie das Programm, das heute die Volkspartei verabschiedet hat. Und dieser Vorschlag, der in dem Regierungsprogramm erarbeitet worden ist, das ist meine Linie. Eine europaweite Abstimmung, wenn es um die Türkei geht, eine nationale Abstimmung. Das ist das Regierungsprogramm, das ist auch mein Programm. Warum eigentlich? Diesen Unterschied habe ich noch nie ganz verstanden. Warum ist eine nationale Abstimmung beim Vertrag schlecht, aber bei der Türkei gut? Das ist doch ganz okay. Die Türkei ist ein besonderes emotionales Ding. Das ist genau die Diskussion, die ich führen will. Genau das ist das, was uns die Bürokraten immer sagen. Hören Sie mal hinein bei den Leuten. Hören Sie zu, was die Menschen sagen. Da gibt es ein Problem. Da gibt es eine Sorge mit dem Beitritt der Türkei. Ich verstehe das. Und diese Sorge müssen wir nach Brüssel bringen. Und es ist gut, dass hier Österreich gesagt hat, wir wollen das erst nach einer nationalen Abstimmung dem näher treten. Ich bin da sehr zurückhaltend, was die Türkei betrifft. Und ich glaube, dass die europaweite Abstimmung insgesamt eine vernünftige Vorgangsweise ist, so wie sie im Regierungsprogramm steht. Und ganz kurze Frage noch zum Schluss. Sie galt immer sehr ehrgeizig als Politiker. Begrenzt sich ein politisches Comeback jetzt eigentlich auf das EU-Parlament. Oder möchten Sie vielleicht auch noch EU-Kommissar werden oder irgendwann wieder Minister in Wien oder vielleicht irgendwann Landeshauptmann in Niederösterreich? Bleiben Sie jetzt in der Politik? Ich bleibe in der Politik und in der Wirtschaft. Aber was heißt das? Bleiben Sie im EU-Parlament oder können Sie da noch mehr geben dann? Ich glaube, jetzt trete ich an für das Parlament. Jetzt möchte ich die Sorgen der Bürger kennenlernen, was das Parlament betrifft. Und dann möchte ich diese Sorgen nach Brüssel tragen auf die Agenda des Europäischen Parlaments. Und was solche Vorhersagen über die Karriere betrifft, muss man ohnehin ein bisschen vorsichtig sein, haben wir gelernt heute. Das gilt bei Journalisten, das gilt auch bei Politikern. Danke für den Besuch im Studio. Dankeschön.